und hiermit herzlich willkommen zurück zu capital to treasure tracker level 27 der untergang der eisenfestung wir befinden uns so langsam im end content des dritten episode und ich glaube auch im end content des haupt stories aber danach kommen ja noch die bonus level die spezial level wir haben glaube ich noch etwas zu tun so mal gucken was uns hier erwartet ich bin erst mal wieder mit todett hier schon mal nichts okay oh gott die lava steigt nein todett sammeln die minzen ein und zwar schnell so aber dafür habe ich jetzt keine zeit was ist denn der zweite diamant gewesen ich würde mal sagen mit die lava sich bewegt bei solch erst mal als andere zu machen aber ich glaube ich habe etwas zeitstress was ist ach komm macht man direkt neu ist bisschen blöd das ist doch ein bisschen blöd aber Mist oh Scheibkleister ich sprich das ist doch ein bisschen um ist doch ein bisschen auch wenn ihr tut das ist doch� das ist doch auch kein Problem es Köln sondern das ist aber ich die Ich habe wirklich keine Zeit. So, dann noch kurz diese Zupfen. Okay. Puh, Stress. So, dann kann ich mich gleich um die Burs-Sachen kommen. Du musst dich hatten über 300 Münzen sammeln. 200 Münzen. Okay, geht ja noch. Oh, wir haben auch viel am Anfang ausgelassen. Der kostbarste Schatz von allen. Boah, ich stelle mir auch wieder vor, dass Captain Top wieder so... Der Pixeltop wieder so unteren Geldhaufen ist. So. Nein, warum laufe ich von in die Lave, Mann? Warte, die Steuer macht mich manchmal kill mit der Kamera. Die Lava bewegt sich auch ziemlich schnell. Oh mein, Fussum. So. Ja, ich lasse das mal dabei sein, so. Ja, ich lasse das mal dabei sein, so. Ja, ich lasse das mal dabei sein, so. Ja, ich lasse das mal dabei sein. Ja, ich lasse das mal dabei sein, so. 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 Ja, ich lasse das mal dabei sein. So. Ja, ich lasse das mal dabei sein, so. Ja, ich lasse das mal dabei sein, so. Ja, ich lasse das mal dabei sein. Ja, ich lasse das mal dabei sein. Ja. 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 Wenn du сам. da ist der erste diamant affekt euch doch Nein, nein. Och, Mann. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Vogel. Oh, Mann. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ah, da ist was. Da ist was. Das habe ich jetzt gesehen. So. Oh, Mann. Oh. 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 Den ersten Diamant hätten wir So So, schnell herunter Nein! Nein, nein! Ah者! Ein Pressure Wenn es vorbei ist, ist es das ever. Nö, 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 nö. Annä, nö, 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 nö Nö, nö, nö Nö, nö 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wunderschön. Das war's für heute. 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 Ah, no. Das war's für heute. 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 Das Abenteuer geht weiter in Super Mario Odyssey, haben wir schon gestreamt. Wir haben es geschafft bei den Sonderaufgaben, Spielvollschritt gespeichert. Glückwunsch, die Bonusepisode ist nun verfügbar. Ich brauche hier noch den Pixel Tord im finalen Level bitte. Mache Pixel Tords Versteck ausfindig und berühre ihn. Ich höre ihn. Da unten läuft er, okay, das ging schnell. Okay, damit haben wir auch alle Pixel Tords gesammelt. Und Spezial. Wie viele Level haben wir denn im Bonus? Uiuiui Super Mario Odyssey Lander Die Pyramide im Wüstenland Lorum fahrt im Kaskadenland Das Sturmkraftwerk im Cityland Der Chefcock im Schlemmerland Der Turtrupp auf Expedition Komm, können wir direkt freischalten. Der Fluch des Combinators Erinnerung an unser Abenteuer Prolog Kann man den ganzen Prolog nochmal durchspielen, okay, oh, da bin ich immer gespannt. Gut, dann würde ich aber jetzt an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Captain Toad Treasure Tracker, bis dahin, tschüdelü. Tschüss, bis zum nächsten Mal.